Mann, ich weiß immer noch nicht, ob ich lieber in einer Uni oder einer Hochschule für Angewandte Wissenschaft studieren soll. Eine Hochschule ist ja auch eigentlich nur auf Lehre ausgerichtet. Denk nochmal, die Forschungslandschaften an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften wird dich umhauen. Mach ich da schon wieder. Aber echte Forschung ist doch eigentlich nur was für Unis. Ein weitverbreiteter Irrtum. Schau dir das an. Hochschulen führen bahnbrechende Forschungsprojekte durch. Von nachhaltiger Technologie bis hin zur künstlichen Intelligenz. Die Themen sind vielseitig und zukunftsorientiert. Kann das sein, dass es Hamburger in der Mensa gab? Absolut. Viele Projekte entstehen in Zusammenarbeit mit Unternehmen. Das bedeutet echte Lösungen für echte Probleme und bietet dir die Chance, während des Studiums an bedeutender Innovation mitzuwirken. Wow, ich hatte ja keine Ahnung, dass die Hochschulen so eng mit der Industrie arbeiten. Und jetzt siehst du es. Und so viel zur Forschung beitragen. Danke, dass ich aussprechen darf. Das Video darf nur maximal eine Minute lang sein. Merkt ihr, junger Freund, es ist nicht nur die Lehre, sondern auch die innovative Forschung, die uns antreibt. Und er löst sich wieder auf. Ich auch.